wir haben ein zombie hinter euch der läuft einer schieß ihn dann mach du lieber ich ich habe keinen scope ich bin tot was die zombie erschossen und die kugel gegen von j glaube ich durch den zombie in mich es ist nicht sehr gut weil das komplette zeug was wir vorhin gemacht hat die zeit und die ressourcen waren für arisch aber das war es wert komm zurück ins haus ernsthaft es tut mir wirklich leid wir laufen einfach nicht respawn ich geh jetzt einfach was anderes ich habe auf den zombie geschossen und die kugel ging durch das finde ich voll gut das kann doch nicht wahr sein sein